Zweimal im Jahr findet die Panorama Berlin statt. Als Europas größte Fashion-Trade-Show bringt sie 600 Marken mit über 50.000 Fachbesuchern an drei Messetagen zusammen. Ab Januar 2016 gibt es die Panorama Berlin auch virtuell. Ein digitaler Marktplatz im World Wide Web – das ist die Zukunft für Ihre Expansion. Als zusätzlicher Service ermöglicht sie es Einkäufern wie Ausstellern aus aller Welt über die physischen Messetage hinaus, an 365 Tagen im Jahr, 24 Stunden am Tag, Ihre internationalen Geschäftskontakte zu vervielfachen und mehr Umsatz zu machen. Nur Fachbesucher erhalten Zugang. Sie registrieren sich mit Namen, Ihrer Firma, Position und einer nachvollziehbaren E-Mail-Adresse, die durch uns freigegeben wird. Nach dem Login entscheiden Sie, in welcher Halle Sie starten und gehen wie über die echte Messe. Links und rechts wird Ihnen angezeigt, welches Label Sie passieren. Flanieren Sie an den Ständen der Marken vorbei. Interessiert Sie etwas, dann bleiben Sie stehen und betreten den Stand. Sie haben jetzt Zugriff auf die aktuellsten Lookbooks, können Videos und Fashion Shows abspielen, Topseller und Key Pieces ansehen. Nehmen Sie Kontakt zur Marke auf oder speichern Sie alles als Favorit für später. Über die Exit-Funktion gelangen Sie zurück in den Gang. Laufen Sie weiter durch diese Halle oder wechseln Sie über die Gesamtübersicht in eine weitere Halle. Oder über die Übersichtsfunktion in eine andere. Wenn Sie mit der Mouse über die Markennamen fahren, werden die jeweiligen Ständer auf dem Plan angezeigt. Aktivieren Sie den Interessenfilter. Geben Sie ein, nach was Sie suchen und sofort werden Ihnen relevante Labels vorgeschlagen. Hier am Beispiel Accessoires zu sehen. Stellen Sie Ihre persönliche Tour zusammen und arbeiten so die Messe effizient nach. Hier könnte übrigens Ihre Werbung stehen, die Besucher mit nur einem Klick direkt zu Ihrer Marke führt. Panorama Digital. Messe 4.0.